Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem ganz neuen Video, ja, äh, diesmal gibt es einen ganz neuen Format auf meinem Kanal und, äh, das ist einfach ein, sagen wir mal, ein bisschen Vlog-mäßiges Format, das heißt, äh, wir werden uns unterhalten. Ja, ihr wisst, äh, lange Zeit kam nichts regelmäßiges von mir raus, ein paar Videos da und hier diese Gewinnspielen und gut, das war's auch. Aber, äh, wir werden, also, beziehungsweise ich werde das Ganze jetzt umstellen. Das Ding war einfach nur, es hat mich selber enttäuscht, dass ich so wenig, wenig Sachen gemacht habe, obwohl ich viel mehr schaffen konnte und, äh, ja, es, es war einfach die Lust und die Zeit weg, so. Und dann dachte ich mir, jetzt, oder, kann man ganz genau sagen, gestern Abend dachte ich mir, okay, du musst dich jetzt hinsetzen und du musst etwas tun, so. So, ich hab gemerkt, nach einer Zeit, so, mein Kanal wurde langweilig. Okay, Minecraft hier, Minecraft da, aber das machte für mich selber gar keinen Spaß mehr, dieses, äh, scheiß Minecraft die ganze Zeit und dies und das und dieses ganze Zeit, dieses Projekt und. Da hab ich mir gedacht, du machst Minecraft weiter, aber du machst das ganz anders, ja. Wir werden uns jetzt einigen, es wird immer, es wird immer ein regelmäßiges Video kommen, es wird halt nicht jeden Tag ein Video kommen, aber es wird immer an einem regelmäßigen Tag ein Video kommen und das von einem bestimmten Spiel. So, ich habe jetzt für euch im Angebot ganz neu, ach, bevor ich hier vergesse schon, für die Leute, die sich fragen, wann die Auflösung ist vom Gewinnspiel, wir machen das am 26. März 2015. Ja, da kommt ein Video hoch und dann ist die Auflösung und dann werde ich dem wahrscheinlich persönlich, oder der wird sich bei mir melden und ich werde dann eine Nachricht denen schreiben und, ja, und den Code senden. Wie gesagt, es sind zwei PSN-Karten zu gewinnen. Wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, dann macht mit. Auf jeden Fall, dann wollte ich mich jetzt, äh, wollte ich jetzt ein paar Sachen erwähnen, die ich auf jeden Fall in der Zukunft jetzt machen werde. Erste Sache, und zwar, wir werden anfangen, neue Spiele zu spielen. Klar, Minecraft, voll viele sind auf meinem Kanal wegen Minecraft und, äh, aber wir lassen Minecraft natürlich nicht aus, aber wir machen ganz was anderes. Das heißt, ich werde mir was überlegen, vielleicht in einem anderen Modus, Skyblock oder sowas, keine Ahnung, wir werden schon irgendwas finden. Das heißt, es kommt ein ganz anderes Minecraft-Projekt, lasst euch auf jeden Fall überraschen. Dann habe ich ein ganz neues Spiel. Jeden Donnerstag werden wir Dying Light zusammen spielen. Das heißt, Dying Light. Wir werden jetzt aber nicht irgendwas Let's Playen, nein, davon scheiße ich drauf. Let's Plays gibt es genug. Wir machen was ganz Besonderes. Das heißt, jedes Mal werde ich versuchen, Donnerstags eine Stunde lang, das Video geht jedes Mal eine Stunde lang, werde ich versuchen, mit, keine Ahnung, halt mit verschiedenen Waffen, die halt billig sind. Das heißt, es gibt ein Holzbrett oder so, werde ich nur versuchen, mit diesem Holzbrett zu überleben, ja. Das heißt, ich darf nachts gar nicht schlafen gehen, ich darf keine, vielleicht eine Mission machen, aber ich muss genau eine Stunde lang überleben, ja. Das wird dann jeden Donnerstag kommen, das heißt, wir spielen Dying Light mit Facecam und super und alles schön und gut. Das haben wir auch. Natürlich, ich habe jetzt gesagt, wir werden eine Stunde lang spielen, das heißt, ich werde eine Stunde lang spielen, aber das Ganze kann auch geschnitten werden, weil sonst ist ja das zu kacke. Also, wenn ich da und da, wenn wir eine Stunde lang nur zugucken, ist das scheiße, das heißt, die spannenden Stellen mache ich dann weg. Oder wir machen was ganz anderes, ich habe mir das jetzt gerade, viel besser, wir machen einfach jeden Donnerstag 15 Minuten Dying Light, 15 Minuten auf meinem Kanal Dying Light und jedes Mal machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir werden immer anfangen mit einem Holzbrett, ne, sagen wir, wir fangen damit an, auch wenn wir die ganzen Waffen haben, ich werde sie wegdroppen, wir fangen damit an und dann arbeiten wir uns hoch. Das heißt, das hört sich viel besser an, jeden Donnerstag Dying Light, D für Dying Light und Donnerstag, ja, passt gut, kleiner Joke nebenbei. Und, ja, wie gesagt, da machen wir jeden Donnerstag 15 Minuten lang Dying Light, wer überleben kann und wer nicht. Wir werden anfangen mit einem scheiß Holzbrett, Brechstange oder so, mal gucken, wo wir dann enden. Ja, das war es auch eigentlich und für die Leute, die sich jetzt fragen, warum war der so inaktiv, ganz einfach, mir hat die Lust gefehlt, im Kanal muss ein bisschen aufgefrischt werden. Und wir werden auch, auf jeden Fall werde ich auch angehen, ach, ich habe noch ein Projekt vergessen, was wir auch machen werden. Jeden Mittwoch gibt es ein Pack Opening auf FIFA Ultimate Team, auf FIFA Ultimate Team, auf meinem Kanal mit FIFA. Und wir werden da Ultimate Team spielen und, ja, eine Million Pack Opening und was weiß ich was. Alles machen wir, ne, das ist gar kein Problem und dann werden wir auch, wenn der Wunsch noch da ist, ähm, können wir auch natürlich ein paar Spiele machen. Livestreams, das war jetzt die große Frage. Ich bin in, äh, wie soll man sagen, ich habe es versucht, aber ich finde Livestream ohne Facecam ist so ein bisschen scheiße, deswegen muss ich mir diese scheiß Playstation Kamera holen, die nur für diesen Livestream da ist. Aber, äh, das werde ich dann auch einfach tun, also, ja, für den Livestream werde ich euch noch was bekannt geben. Aber wir können das mal versuchen, also wir können, äh, auf jeden Fall versuchen, einen Livestream zu starten. Wir, wir einigen uns dann, heute ist der 2.3.2015, das heißt, Freitag machen wir das dann, weil ich muss kurz gucken, Freitag ist der 6.3.2015, das heißt, wir machen das Freitag. Wir treffen uns Freitag um 17 Uhr beim Livestream, ich schreibe unten meinen, äh, Twitch-Account rein und, äh, und dann könnt ihr auf jeden Fall meinen Livestream sehen. So, das war es erstmal von mir und wir sehen uns, äh, in meinem nächsten Video. Lasst, macht euch auf irgendwas gefasst, denn mein Kanal wird sich von 0 auf 100 verändern. Macht's gut, Leute. Ciao.